Hallo zusammen, wie einige von euch wissen, baue ich mir nach und nach jetzt mein Setup hier auf. Das bedeutet, ich habe mir einen Computer gekauft und jetzt fange ich langsam an, all meine alten Sachen nach und nach zu erneuern, um mir ein schönes Gaming-Setup und Streaming und YouTube und alles zu bauen. Und ja, wenn das alles fertig ist, werde ich auf jeden Fall ein Video machen, so dass ihr euch das dann mal alles angucken könnt. Und jetzt ist auf jeden Fall erstmal ein Teil gekommen, über das ich sehr froh bin. Folgendes, momentan habe ich das Problem, ich habe Kopfhörer und die haben eine lange Schuhe und das hängt ja alles irgendwie rum. Und ja, jetzt habe ich mir was bestellt und das möchte ich euch gerne zeigen. Und ich muss dazu sagen, ich habe ein bisschen länger gebraucht, das auszupacken, dass die Kiste, dieser Karton, der steht hier schon eine Woche und es macht mich jedes Mal kirre, wenn ich den sehe, weil ich möchte den auf jeden Fall immer aufmachen. So, da ist er. Und jetzt werde ich den mal auspucken. Oh ja. Oh ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und der kriegt jetzt auf jeden Fall meine Kopfhörer auf, um zu gucken, ob sie denn stehen. Perfekt, würde ich sagen. Ich taufe ihn auf den Namen Eugene. So, ich freue mich sehr darüber, dass ich den jetzt habe. Und ich stelle ihn mir jetzt hier hin. Und jetzt fliegen auf jeden Fall meine Kopfhörer nicht mehr. Warum? Ich glaube, ich werde ihn noch ein bisschen customisen. Den relativ kleinen Ohren, guck mal. Und der wird jetzt auf jeden Fall immer dabei sein. Und ganz tapfer meine Kopfhörer halten. Und in den nächsten Videos mal gucken. Manchmal gibt es ja schon Situationen, in denen man sich so fühlt. Ich kann jetzt einfach Eugene reinholen. Und er wird das für mich erledigen. Ab und zu schmeiße ich mal ein paar Pfefferminze rein. So, nach und nach baut sich mein Setup also langsam auf. Das nächste Ding ist auch schon heute da. Ich habe mir nämlich ein Mikrofon gekauft. Allerdings muss ich noch auf die Halterung warten dafür. Das heißt, beim nächsten Mal hört es mich deutlich besser. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal verbringen jetzt Eugene und ich ein paar Stunden zusammen. Lass mich von ihm anschneiden oder so. So, genug damit jetzt auf jeden Fall. Okay, dann danke fürs Gucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.